So, Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Diesmal wieder mit Mr. Hyde. Mit dem Schlag daneben. Auf der vierten und damit neuesten Map, nach dem letzten Update an Showdown. 1896. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab den nicht gesehen. Das geht doch mal tot. Da kommt doch einer. Ich hau mir erstmal ne Aufsauerspitze rein. Alter. Die Axt zurück. Warum regierten die Halfter hinten? Alter. So weit weg. Jetzt machen wir hier eindeutig zu viel los. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank. Oh, weit, weit. Und die fliegen von uns weg, das heißt, wahrscheinlich laufen die von uns weg. Könnte sein, oder? Ist das schon wieder irgendwo unten? Also diese Türme hören Sie hier auch an, oder? Alter, ich höre jetzt auch der große Dickels jetzt hier. Ja, genau. Die nächsten Kränen. Aber schauen wir noch weiter weg. Die sind ein bisschen schneller als wir. Okay, das war der Schrott-Schnabel. Ganz weit oben. Alter. Ich bin das mit diesem Messer gar nicht gewohnt. Ich habe zweimal daneben geschlagen. Ja, das mit dem Schlagen soll, musst du jetzt präziser schlagen. Ich finde jetzt auch mal den Friedensrechter. Oh, das ist nah. Hört sich zumindest nah an, ja. Machen die das Viech? Warte. Um die aufgehört zu schießen. Weitermachen, bitte. Vorhin auch immer hier geschossen wird. Der ist zwar schlecht. Ich halte mich mal von so fern. Okay, da drüben läuft. Laufen Sie oder stehen Sie? Ja, super. Bullet Drop. Ja. Wir sind weiter in die Richtung da ran. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Trotz erhöhter Position. Ja. Selbst da kickt er rein. Oh Gott. Ja, wie ist das? Hm. So, wo sind Sie denn jetzt? Einfach da in das Waldstück? Oder sind Sie schon weiter? Ich weiß es nicht. Hm. Natürlich der Leiche. Mhm. Das ist interessant. Da drüben haben sie irgendwo gelootet. Da, wo ich sie beschossen habe. Mhm. Deswegen dachte ich, ich muss das einmal probieren, wo sie gerade so rumstanden. Ich sehe nichts. Oh, da oben. Ja, gucken. Okay. Die schießen auf meinen Baum. Ich weiß nicht mal, wo der andere steht. Da stehen, glaube ich, beide da irgendwo. Hm. Hier war ein Hottohü. Ich. Die haben immer noch auf mich geschossen. Die schreien. Die Entfernung ist echt übel. Einer ist nach dem anderen. Siehen die jetzt anders aus, oder was? Nee. Warum sehe ich sie denn nie? Ich bin jetzt mal ganz... Nee, bin ich mutig? Nein. Nein, über die Brücke rüber ist, glaube ich, tödlich. Ja, hier läuft was. Da hat doch irgendwas ein Ast mitgenommen hier gerade. Das waren keine Zombieschritte. Siehste? Oh, nein. Mücken-Geräusch. Ich liebe es. Ist jetzt irgendwie hier, ne? Ja, klingt, als wäre da unten, ja. Ich seh aber nix. Ein aus Statoriden. Wer ist ins Wasser gegangen sein, kann der nicht. Da sind Fische. Ja, klingt, als wäre da unten. okay sind wir noch da muss hier aber auch immer eine frau sein ja einer war drüben euch über das macht aber ich dachte die frau hier gehört zu haben ist von der anderen seite wahrscheinlich bleiben wie weit kann ich hier noch rüber bevor ich abstürzt wissen ich glaube jetzt noch eine andere seite rein ich glaube du trefft ihr gleich aufeinander nein kann nicht wahr sein ich kriege jetzt schon dann bin ich auch gleich weg das war das neil war springfield er war auch am ducken alter das war kopf was soll ich denn noch mal ziemlich sicher dass hier schritte höre ja von da genau von da wo du hin wo du hin gezielt hast die schritte kommen hier ja genau ein bisschen dunkler weiter links ja aber nicht nur erst bei dir ist in der leiche glaube ich jetzt kommt noch jemand auf dem dach kommt kommt was von rechts scheiße wir können bestimmt nicht zusammen ja 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 habe es doch gesehen der ist mit nahkampf gekommen ich komm noch nicht weg vielleicht Ich höre ihn doch, habe ich gesehen. Schade. Schade. Der hat Angst. So. Wir kommen zurück. Lass mich rein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich sie gelegt habe. Irgendwo da. diese wälder sind ja krass aber gefällt mir das macht die bounty bleibt da oben noch ein augenblick und aber näher ist auch langsam runter die wird zum ausgang wo habe ich sie hingelegt ich sehe sie nicht hier kam wieder ein stück näher ran gerannt sehr schön damit kann man sich also wenn die jetzt zum ausgang laufen dann suchen wir uns den dicken können ja nicht mehr so viele hier sein aber wir sterben an dem ich habe keine ahnung wie man den macht weißt du das hast du da was so gesehen wie man den dicken macht wie man ihn findet weiß ich nicht das ist einer der mit gift gemacht werden kann mit der steckungsbomben mit der steckungsbomben scheiße jetzt habe ich schon eine weggeworfen ich will mal hier das wasser lockern ruge geht natürlich auch dieser sack kommt ja mit diesem scheiß katana angelaufen zum glück habe ich vorher gehört dass er da oben gekochen ist also ich finde man hört das jetzt besser wenn die schleichen ich finde da ist eigentlich kein unterschied also wieder durch die höhlen aber drumherum könnte auch ich weiß aber nicht wo wir da hingehen sollen also wurde er wirklich auf dem ersten die mitte gehen müssen und das holen bestimmt wobei wir das eine mal gesehen haben war da ja nämlich auch nicht in der mitte aber wozu gibt es sonst diesen kreis in der mitte weißt du aber ich habe doch keine ausdauer mehr die schweine war das die runde wo die achten die kasse konnten wir nicht öffnen ich denke das hat jetzt schon jemand mitgenommen also weil sonst wäre da würde der gar nicht auftauchen glaube ich das ding in der mitte ach so ja stimmt dann waren wir da zumindest mal gerade eben mussten wir wieder fliehen oder sterben ich mach Platz ach so das ist eh Special ammo habe ich ja nicht dann mit Erstickungsbomben sagst du ja ich kann sagen die runde sind nicht allein so karte wurde aktualisiert und jetzt ein anderes team hat den generalhinweis untersucht steht da jetzt ja aber zum bezahlen aber das wäre egal wir haben es ja jetzt ist trotzdem die frage wo er ist warum wird das nicht angezeigt naja nein nein demo den will ich nicht vielleicht noch nicht schnell jetzt wieder drei punkte hier gibt's gold hier gibt's gold ich wollte nochmal versuchen zu kriechen oder was mhm da sah das natürlich sehr eng aus das stimmt das verstehe ich jetzt nicht schaffen sich das auch nichts ach doch hier oben zeigt er was an ja einfach mal die schatten sich benutzen ne manchmal sind wir auch echt profis oder ist das die richtung ja eigentlich ist ja nichts mehr der würde jetzt nichts mehr anzeigen sonst nichts mehr anzeigen sonst der andere hund merkt das nicht sehr schön 22 minuten haben wir noch aber weit weg nicht dass das doch nur da oben das anzeigt macht es aber eigentlich nicht so weil es aufgehoben wurde noch mal kurz kurz gucken warum hinter uns äste kaputt gehen aber wahrscheinlich der zombie da unten noch ein ass kaputt wie nochmal oder der den ich schon eingesammelt habe ach so den hatte ich schon gepinkt sind nur zombies ja mhm liegen hier einfach nur zu viele erste für die zombies ja aber es ist schon komisch ne das ist man trotzdem so weit da weil die richtung würde ja genau stimmen in der andere richtung wird aber nichts gezeigt aber mitgemacht haben die denn ja nicht ne dann wird er jetzt ja nicht in grau also also der wäre ja dunkler bekommst du bei denen genau und das hört man wenn da gemacht wird ach was ist denn das für gebäude da drüben das runde war hier auch noch nicht das gaswerk ok ich bin verwirrt das macht halt einfach keinen sinn wenn dann ist es ein bug ja weil wie gesagt spätestens wenn die dinge aufgehoben worden sind da oben dann ist es eigentlich weg oh man sieht jetzt den ganzen schwarm da drin kann das sein nicht nur dieses blubber da drunter siehst du dich hier auch rum schwimmen ich glaube das ist neu jetzt nicht mehr das ist geblieben mach einen von drei weg und dann sind alle weg das darf nicht sein also ich meine gut hier schön viel feuer aber das heißt ja nichts das ist ja noch hier hinter das hier noch ein hinweis ist das hört sich nach hinweis an aber hier ist ein hinweis ne 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 hier ist tatsächlich das was du gesagt hast hä wait listen straight ja den den hab ich ganz vergessen zu sagen ja was ist denn das für ne scheiße das hätte gar nicht angezeigt werden dürfen ja ist ja eingesammelt oh ich komm da nicht raus vor lauter lecks was wird keiner mehr hier sein hier liegt mal jemand ausgebrannt schade tja wo fahren wir da noch nicht Richtung Gasberg ach komm wir suchen einfach mal wir haben ja noch bisschen Zeit ja ja die anzeige ist echt dumm ja auf jeden fall wir gehen einfach mal aufs Gas da kommen wir mal gucken ja hab ich schon fast wieder falsch abgebogen ach mal ist da drin ja hier bleibt ja keine mehr wir haben noch ein paar Erfahrungspunkte mit der Waffe ne eigentlich bin ich ne ne ich mag die irgendwie nicht ne was ja eigentlich keine schlechte Waffe ist aber ne kann ich mal eben hier auf ne Chaos kommen was warum hat er den Schuss überlebt was soll das auf nachzuladen scheint auch nichts zu sein ne ja ich nehme ja mal an also wahrscheinlich sieht man ihn so schon aber dass man den ja auch in Schatten sich trotzdem wahrnehmen müsste wenn man in der Nähe ist ne also genau da ist ne Sattel-Totel das blöde ist ja auch wir gehen jetzt natürlich von Compound zu Compound aber der hockt auch irgendwo dazwischen ne ui das sieht ja auch schick aus mit der Stadt da hinten ui mal kurz mal kurz gucken ja aber der Zaun ist hier auch aber kann man natürlich nicht schick schick so jetzt haben wir noch 15 Minuten ich weiß nicht wo der hockt aber wir gehen ganz ehrlich der einmal an der selben Stelle hockt dann wäre das ja irgendwo zwischen Minenkoller und Maschinenschlucht oder irgendwie so weil wir da gekämpft haben da unten oder wo waren wir wo waren wir denn das letzte Mal als der gemacht wurde hm oder war das unten bei der Gis ne ich weiß es nicht ich weiß es nicht mehr man ist das hof wenn man sich nicht auskennt frei heiß was war das denn für ein Geschrei das war doch schon eine Kuh das ist noch ein Dicker den können wir noch schnell machen und hat er was liegen lassen hm ne gucke ich schon mal weiter hier ist er auch nicht oh nein und äh hoch hoch also von Videos her kenne ich den ja eigentlich immer eher so im Gebirge oder nähe Gebirge ja die große die große Brücke da im Hintergrund da aufgelast warte 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 ja ach das aber der wird ja nicht im Compound sein oder ich weiß es nicht also da wo ich es gesehen habe war immer im Compound irgendwo ok na komm her ich dachte der wäre draußen nirgendwo ich würde sagen hier nicht gut hm sie ausdauer wieder weg 12 Minuten extra aber ich sehe und schon rausgehen ja naja nein wenn der ist ja dann bitte hier komm mal hier spreadervermühle auch wunde hm ja hallo Also, kann man nicht die Seilbahn hochnehmen. Oh, Seilschaden. Kann man mal hier drüben gucken. Der hat was fein gemacht. Schade. Alligatorbeine? Das ist mir zu weit weg. Wobei der Trail schon cool ist. Oh, dann geht's ja. Toll. Oh, warum ist das hier so laut? Achso, das war wieder... Ah, diese Schattensicht nervt auch. Kommen manchmal irgendwelche Geräusche? Warte mal, hier ist doch der Compound, wo ich... äh, wo wir raus sind. Ja. Weil hier ist tatsächlich manchmal ein bisschen lauter, wenn man in die Schattensicht geht. Ja, hier ist er. Ach, warte mal, wird man dann. Ach, dann ist die Schattensicht lauter. Ja, dann ist Schattensicht lauter. Ah. Wird mir auf jeden Fall hier angezeigt. Alter, über das Wasser gelaufen. 30 FPS. Wie sei das da hinten? Ne, das ist noch ein MMO, glaube ich. Ne doch, da ist er. Ich sehe ihn. Ah, jetzt kriegt er aufs Maul. Wieso habe ich denn... ach, guck mal, man hat nur zwei, okay. Wenn wir waren, dann waren wir nicht hier. Ne. Wir sind erst nach oben. Wir sind in Kingsfisch an, sind wir angefangen und dann sind wir hoch. Okay. Aber wir haben fast die gesamte Map bereist. Schön. Freut mich. Ne, also der ist da oben. Und das meine ich nämlich auch, dass ich irgendwie sowas aus den Videos kenne. Vom Gebiet her. Ach, guck mal, hier sind... Hier sind Spuren im... Ah. In der Erde. So, und du sagst mit Erstickungsbomben? Ja, dann nimmt er am meisten Damage. Der fängt schon an. Oh, der geht ja schnell. Ach du Scheiße. Alter, wie viel wirft der denn? Ja, das ist gleich hinter sich. Ja, cool. Na gut, wieder mal das typische, einer muss das Ziel sein. Ach, das Ding ist sofort da. Aber das ist natürlich cool, dass man nicht mal warten muss. Ja genau, muss ich ja nicht warten, ja. Oh, hier liegt einer. Ob der das schon probiert hat? Der ist verbrannt. Ich denke. Dass der das probiert hat, weil der war ja zur Hälfte schon down. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, dann... ja. Weil ich habe mich schon gewundert, warum wir den so schnell runterhauen. Schön. Haben wir den auch mal gesehen. Ja. Hat sich doch noch gelohnt. Mhm. Ach, Kacke. Aua! Bäh! Der wirft extrem viel. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, die ersten Male hat er immer zwei geworfen. Hat mich im ersten ausgewichen, hab geschossen, hab den zweiten immer abgekommen. Und dann hat er gerade eben ja nur noch gefeuert. Hatte ich zumindest so das Gefühl, weil ich auch unter Feuer stand. Ist ja die Frage, ob der immer da in der Ecke ist, ne? Ne, also... Der war auch schon ganz woanders. Hm. Ich glaube, das ist random, wo der auftaucht. Oh, jetzt 39. Da ist also die. Hier ist... Blech. Hm. Hm. Team gekillt. Und diesen komischen... Höllensprost, oder wie ich da auch mal. Ja, glaub ich schreist. Ja, mal gucken, jetzt gibt's das Viecher eigentlich wieder, ne? Ja. Hat schon einer gefunden. Hm. Wie man das den Hinweis aufgenommen. Das ist... Ah. Schon wieder dieser scheiß Turm. Ich wollte gerade sagen, hier hinter. Mal gucken, wie lange ich, oder wie oft ich da noch drauf reinfalle. Was? Doch. Oh, nein. Oh, Gordomine. Da hab ich schon einen Namen. Da unten sind blöde Enten. Hast du die jetzt letztendlich? Okay, die haben da... Direkt am Haus, da. Oh, ne, klasse. Aber wieder da unten. Ja. Das dritte Mal jetzt. Dann sind sie ja gleich raus. Ja. Ich häng' fest. Oh Gott. Das ist ein gefährliches Loch hier. Da im Kampf einmal reinrutschen und du bist tot. Gehen sie raus? Noch nicht. Hier nochmal einen Hinweis hungen. Gehen recht noch nicht raus. Also die Optik ist wirklich schön, wie weit man auch in Anführungsstrichen gucken kann, so mit dem Hintergrund. Siehst du toll aus. Ja, ich muss das auch noch ein bisschen optimieren. Ganz so schön sieht es bei mir nicht mehr aus. Achso. Das ist doch irgendwas hier drüben. Bei einem dicken. Zum Glück hab ich mir noch Schlange geholt. Ja, 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 scheiß Viech. Lass mich in Ruhe. Das sind immer noch nicht raus. Hm, hauen wir mal hin. Hm. Oh, das ist zu tief runter. Nur mit der Treppe. Bewegt sich auch nicht. Bewegt sich gar nicht. Doch, es bewegt sich. Ja. Na, oben jetzt. Wurde ja interessanterweise auch gerade eben nochmal geschossen. Ich würde hier schon so erstmal in die Richtung Ausgang weiter bewegen. Aber hast recht, der kann auch... Ah, nee. Wir haben hier auch schon Games gemacht, wo zwei Bosse da waren. Ich wollte mich gerade sagen, kann ja gar nicht auch mal hier sein. Aber wir waren hier auch schon ohne ihn. Okay, jetzt bewegt er sich an der Seite. Jetzt stehen wir über Druck wahrscheinlich. Aber die könnten eigentlich rausgehen, ja? Hm. Schön für Qual und Tier. Wir gehen echt nicht raus. Wenn ich aufpassen, sind wir gleich draußen. Hier. Mine von La Plata. Okay, hier liegt er. Hat einen Trade in den Gelassen wie der Nekromant. Macht er das immer? Ja, da lässt er immer einen roten Trade fallen. Mhm. Ja, sehr cool. Okay, einer ist recht, recht nah. Guckt nicht hier hin. Wer ist da? Hat Hit. Und ist down. Die Frage ist, wo ist Nummer zwei? Nee, das ist nur Chaos. Okay. Eigentlich lief hier drüben noch was. Aber er hat auch drüber, ach ja genau, er hat die Chaosbombe drüber geworfen. Das habe ich gesehen. Oh, ich habe Mückengeräusche. Hä? Oh, rechts neben mir. Und dann hat es geleckt. Oho. Irgendwo hier. Also, mein Ping, ein bisschen weiter links. Schleicht hier. Auf mich zu. Vielleicht siehst du ihn ja zuerst. Ja. Ich kann nicht durchschießen. Hab ihn. Das ist er. Jetzt, wo wir da mal. Da. Wollte gerade sagen, er ist safe, aber ist gar nicht. Nein, ich sehe ihn. Scheiße. Ich habe ihn gesehen, aber viel zu schnell. Mit der Silencer. Er war mega schnell, wie hat er das gemacht wird. Ja. Bin auch an dem Baum hängen geblieben, genau wie du. Ja, genau. Da habe ich auch hingeblieben. Da kannst du nicht dran vorbeischießen. Hm-mm. Wir machen ein bisschen weiter. Warum treffe ich den denn nicht? Und der trifft. Kommt. Ja. Links. Wie weit hat er geworfen? Nicht weit. Rechts. Rechts. Oh, da hinten. Das gibt's noch nicht. Hä? Genau so geht's mir aber noch. Ja, bei mir ja heute eigentlich nicht. Also nicht mehr. Der sackt dich an, das ist nicht schlimm, dann, äh, du kannst mich erholen, du hast... Ja, ja. Trotzdem ätzend. Wenigstens macht er nicht gleich einen Headshot bei mir. Okay, hat gesehen, dass ich nach rechts gelaufen bin. Hat sich aber nicht täuschen lassen. Alter. Ich hab den Kopf gesehen, aber... Boah. Warte mal. Ja, mach mal. Nicht, dass das ein Solo ist. Könnte natürlich sein. Jetzt aber looten. Ich glaub, die Waffe wechsle ich. Dann müssen wir aber eigentlich raus, weil jetzt hab ich weniger Munition. Obwohl, nee, warte mal, hat ja die gleiche. Hä, warum hab ich... Ich versteh' nicht. So, da liegt einer und... Und... Ob ich den anderen noch gelegt hab? Ach, hier. Hat ja eine schöne durchfliegen lassen. Wurde bereits geplündert. Ach, das ist nix. Ach, das ist nix. Das ist, wo die anderen vielleicht kommen. Ja. Neu, wir haben ja genug. Wir haben drei Küls unten. Und... Ja, du. Ja. Das sieht man ja nicht, Alter. Ja. Zack. Ich bin jetzt gespannt, ob das zählt, wenn wir den mit rausnehmen. Oder ob wir den wirklich kennen müssen. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Na, na, na. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018